lakoma grüßt euch zu einem neuen video heute habe ich beim discounter hier etwas entdeckt und zwar die bengal mix von komet in rot grün gelb lila und blau das ganze in f1 aber was mich hier bewegt hat zum kaufen ist die enem gewesen und zwar haben wir hier sage und schreibe 82,5 gramm auf fünf stück sind circa 16,5 gramm plus minus und das finde ich schon sehr sehr viel können sie uns mal etwas genauer anschauen also bengalfeuer bengalflammen in verschiedenen farben und ich würde sagen die schauen wir uns auch an wir werden die jetzt mal verzünden hier und ja dann machen wir uns mal gemeinsam ein bild wie die so sind und wer bock hat kann mal gerne auf meinem kanal ein bisschen rum stöbern oder schaut euch mal die shorts an von dem pyro adventskalender da geht bis zum 24 jeden tag gehen da zwei shorts raus einmal das säckchen beziehungsweise türchen und einmal die verzündung und jetzt würde ich sagen wir schauen uns mal ganz schnell hier die bengal mix flammen lichter in rot grün blau lila an also gleich bis gleich zur zündung wir fangen an mit gelb ich hab mal noch ein päckchen ausgepackt und dann wenn man jemand doppelt zünden jetzt dunkel so gelb wups ich stell den mal wieder hin ja sehr schön okay das nachbrennen finde ich persönlich jetzt nicht so cool okay na gut so nehmen wir mal zwei andere farben wir machen mit violett oder lila weiter okay auch umgefallen das sieht jetzt mehr aus wie rot und wesentlich kürzer weiter geht's neue farben so rot die brennen wieder länger naja auch nicht so lang okay und jetzt haben wir noch blau und grün so blau oder grün problem ist man kann die nicht erkennen machen wir mal licht an und zwar sehen die identisch aus naja wir werden sehen ah nee halt das ist heller moment leute so das ist das dunklere von beiden ich denke mal das ist ja grün oder blau ich weiß es nicht ich weiß es nicht schau mal grün aber man erkennt irgendwie und jetzt die letzten das müsste dann blau sein so und nach aller riese blau jawohl ja das kann man erkennen sehr schön so pyrus das war's ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns zum nächsten video bis bald tschüss ci ja wir sehen uns Vielen Dank.